Im Februar am Knie operiert eine Meniskus-OP und hatte weiterhin die gleichen Schmerzen, sogar einige mehr noch dazu gekommen. Und jetzt nach der ersten Behandlung ist es knieschmerzfrei. Und Sie können was jetzt machen, was Sie vorher nicht konnten? Treppen laufen. Treppen auf war schmerzhaft? Na ja, Treppen steigen war sehr schmerzhaft und das funktioniert. Es ist jetzt wie befreit irgendwie das ganze Gelenk. Okay, und Sie konnten die Treppen hochgehen? Ja, ich konnte jetzt die Treppen hochgehen ohne Schmerz. Super. Danke.